Ja, hallo. Bald ist es wieder soweit. Wasserfest in Tegler. Am Wochenende. Auch der Konsum Leipzig ist wie im letzten Jahr wieder dabei. Wir sponsern das Badewannenrennen. Also drückt die Daumen, dass es nur von unten nass wird und nicht auch von oben. Bis dann. Liebe Grüße von eurem Konsum-Team.